Ja, liebe Leute, willkommen zurück zu The Long Dark. Der Wolf ist gefallen. Ich habe jetzt mal kurz eine Stunde geschlafen. Hat jetzt nicht viel gebracht und es war jetzt eigentlich auch mehr zum Speichern. Ich denke mal, die vier Stunden werden wir jetzt noch nutzen. Auf jeden Fall zum Fleischgrillen. So, mal schauen, was für eine Qualität das eigentlich hat. Das hatte ich ja jetzt gar nicht geschaut. Wo ist es da? Da ist es 86%. Oh, das ist ganz schön viel. Das ist sehr schön. Das ist gut. Das ist klasse. Okay, dann wäre ich aber erst mal... Ach, ich werde draußen das Holz sammeln. Ich muss ja nicht gleich hier drinnen die Holzreserven aufbrauchen. Sonst hätte ich jetzt die Kisten zerkleinert. Aber das machen wir mal jetzt noch nicht. Wer weiß, wann wir das dann brauchen hier drinnen und nicht raus können. Also mache ich erst mal die Sache draußen. Dann machen wir uns ein Feuer und dann grillen wir das zur Feier des Tages, würde ich sagen. Das interessiert mich natürlich. Jetzt bin ich gespannt, ob dieser Wolf, ob da einer neu spawnt. Oder wie das Spiel, das habe ich jetzt eigentlich nie so richtig hinterfragt oder nie so richtig beobachtet, weil ich ja nie an einer Stelle lange war. Mal sehen, ob der dann wirklich hier wiederkommt oder ob ich jetzt Ruhe habe vor ihm. Das wäre natürlich auch okay. Muss ja nicht sein. Andererseits, ich meine, wir haben ja gesehen, das ist gar kein Ding. So ein Wolf an sich, wenn man jetzt einzeln ist und wir darauf eingestellt sind, wie er stark sind und hier irgendwie geschwächt schon oder so. Tandast, tut es gut. So. Oh ja, was ist jetzt los? Wieso ist das Fragezeichen wieder? Ist das jetzt superkalt? Ne, eigentlich nicht. Kommt das irgendein Unwetter? Oh ja, komisch. Da kommt ein bisschen Schneesturm wahrscheinlich. Ah ja, gut, da geht's ja los. So, der kommt auch wahrscheinlich von der Seite, wo ich letztes Mal das Feuer gemacht habe. Das heißt, ich wäre wahrscheinlich das Feuer gleich am Eingang gemacht, oder? Oder hier? Hier? Hier, ha? Hier mache ich das Feuer. Hier ist Wind geschützt. Kann ich eigentlich nach unten gehen? Ja, ich kann auch in die Hocke gehen. Genau, ich kann ein bisschen in die Hocke gehen. Und dann kann ich hier gemütlich Feuer machen. Das ist okay. So machen wir das. Wenn es klappt. Was war das? Ach, ich habe Hunger. Also ich denke immer noch manchmal bei diesem Geräusch, dass ich hier irgendwie vom Wolf verfolgt werde. Also so laut ist doch dieses normale Knurrgeräusch nicht, oder? Also wenn ich Hunger habe, gut, okay. Aber da knurrt doch der Wagen nicht so laut. Ich hoffe, das war er jetzt. Ich schaue mich gleich nochmal um. So, Wind geschützt ist gut. Sehr schön. Da haben wir auch gleich die Kiste dort, weil ich glaube, unten im Keller, ich hau nochmal nach, ist es etwas warm für das Fleisch zum Aufheben. So. Tannenholz, Brennstoff. Klasse. So, also. In Ruhe grillen. Ausgetrocknet. Ach so, gut, okay. Da müsste ich mal was trinken. Das stört er jetzt auch nicht. Hungrig. Ja. 95 Prozent. Wir wären besser. Okay. Ich werde mal kurz was trinken. So. Genau, dafür haben wir das ja. Das Hungrig, das müssen wir dann, oder ich nehme gleich mal das eine Stück. Damit wir fit sind hier draußen. Ja, ich sag mal, bei so einem Wetter hier so an so einem Lagerfeuer hocken ist eigentlich gemütlich, wenn das jetzt nie die ganze Umgebung feindlich wäre und man hier vielleicht zu einem kleinen Winterurlaub unterwegs ist. Ist ja nicht der Fall. Gut. Eine Stunde, zehn Minuten, das ist ja okay. So, Tageslicht, vier Stunden, eine Stunde. Oh, wo sind wir das aus jetzt? Hat der sich gedreht? Oh, nö. Der hat sich gedreht, äh, das, das, der Wind hat sich gedreht. Ja, macht der Sinn, aber macht der Sinn. Naja, gut. Ne, da, neun Minuten, die pustet es mir aus. Das macht, das, das, das hat nichts, das bringt keinen, keinen Sinn. Ich werde jetzt folgendes machen. Ich werde die Sachen hier reinwerfen. Ähm. dass die hier drinne sich halten. 33 Kilo, den Rest nehme ich mit rein, da vergammelt er nicht. Und den Rest mache ich dann morgen. Also das ist ja hier, das ist ja nix. Ich will hier nicht, nicht draußen rein. so, wie viel Grad haben wir hier? Zwölf, zwölf Grad haben wir hier. Echt doch, ja, so viel. Oder ist das noch vom, vom Feuer? Ich weiß es nicht. Hm, na gut, hier drinne, äh, hält sich das wahrscheinlich dann doch nicht, das vielleicht. Das ist schon gut, wenn ich das draußen habe. So, ich würde sagen, na ja, gut, es ist noch hell. Es ist noch hell, wenn wir, wir, wir nutzen die Zeit. Wir nutzen die Zeit sinnvoll. Das heißt, ich schaue mal nach meiner, nach meinen Klamotten. Das hatte ich ja jetzt noch gar nicht gemacht, nach dem Wolfsangriff. Die Hose ist wieder runter. Und die Mütze, wieso die Mütze? Ich dachte eher die Handschuhe, ne? Und die Jacke. Joa, 56, geht auch hier rapid abwärts mit den Schuhen. Naja, mal sehen. Okay, also machen wir erst mal die Hose wieder. Genau, das mit den Neset. Ich dachte eher, das Neset verschwindet. Das verbrauchte, aber das ist wahrscheinlich nicht der Fall. Das kriegt nur ein großes rotes Kreuz. Hm, gut, so fünf. Ach, das ging schief. Ach, Mensch, so eine Hose, so eine dünne Hose. Kriegst du ja hin, Junge. Junge. Komm, streng dich mal. Habe ich da jetzt immer, habe ich da immer den Stoff eingebüßt? Weißen wir das jetzt langsam durch, das ist ja blöd. Na gut, na gut. Dann machen wir noch was Sinnvolles. Wir nehmen das auseinander. Und dann hauen wir uns erst mal aufs Ohr. So, jetzt ist, glaube ich, dunkel. Das heißt, wir werden jetzt auch zehn Stunden oder so, denke ich mal, schlafen. Drei Grad, das ist egal. So, okay. Gut Nacht. Genau, vier Stunden, drei Stunden, da oben zählt es runter. Eine Stunde. Nun hat er perfekt gepasst. Wir sind wieder hundertprozentig fit. Klasse. Und, ja. Durstig. Und wir schauen uns das gleich nochmal mit der Hose an. Das war jetzt hier nix. Zweimal. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht wirklich jedes Mal den Stoff verloren. Das wäre dann schlecht. Das schauen wir nochmal an, bevor wir dann wieder weiter grillen. Ausziehen, nein. Nur ein Schlüpper. So, also, jetzt Konzentration. Das kann ja nicht sein. So eine billige Cargo-Hose reparieren. Ne, seit acht Prozent. Das ist dann auch gleich weg. Wahrscheinlich. Alter, was ist denn hier los? Das dritte Mal hintereinander gescheitert. Das ist ja Assi. Hundertprozent. Fünft... Ach, nee. Ach, ich dachte schon, 25 Prozent. Also, ich probiere es mal wieder. Ne, das mache ich nicht. Der Schal. Der Schal ist so schlaff. Und die Mütze. Machen wir mal die Mütze. Also. Reparieren. Ich habe ja eigentlich Reparaturum von 45. Das ist okay. So, drei Prozent. Fünf Prozent gehen weg. Na, hallo. Haben wir dreimal hintereinander, haben wir es reparieren. Ne, hat es nicht geklappt. Das hat geklappt. Gut, das ist kaputt. Okay. So, jetzt probieren wir das nochmal. Hundertprozent. Fünfünfzig. Schal. Ne, die Hose. Also, die Hose. Reparieren. Stoff habe ich noch. Reparieren. Ach so, wenn mehrere Sets sind, dann zeigt das mir gar nicht an, dass ich ein Set brauche. Okay. Ich habe jetzt nur ein Set. Jetzt hat es geklappt. Na gut. Da hat es geklappt. Dann machen wir den Schal noch. Dann machen wir den Schal noch. Und dann ist okay. Ich weiß jetzt nicht. 45 Prozent Reparaturumfang. Vielleicht. Ich probiere das mal. Wenn ich unter 50 bin. oder bei, ja, ich probiere mal, wann das nicht ganz 100 wird. Oder wann das das Maximum, was das Maximum des Reparaturumfangs ist. Weil wenn ich jetzt sage, ich repariere schon bei 70 Prozent. Und für einen Stoff ist das ja auch ein Verlustgeschäft eigentlich, wenn ich 45 Prozent auch rauskriege. Da kann ich ja warten. Andererseits natürlich sinkt dann meine Temperatur, die ich da von erhalte. Also das muss man natürlich dann immer abwägen. Aber ein Schal ist jetzt vielleicht nicht so wild. Das lasse ich mal. Ja. So machen wir das. So. Ich nehme mal eine Flasche mit. Und dann. Achso, ich hatte die. Ja. Die Holz, die hatte ich jetzt noch einstecken. Gut, dann machen wir das jetzt noch fertig mit dem Fleisch. Und dann schauen wir noch mal ein bisschen draußen rum. Mhm. Ich kann ja noch mal kurz vorwunschen, ob der Wolf wieder da ist. Ich meine, gut, das ist jetzt nicht so viel Zeit vergangen. Aber einfach mal so kurz. Das interessiert mich. Wahrscheinlich muss ich irgendwie mal schlafen oder so. Oder vielleicht länger als einen Tag oder so. Na gut. So, man könnte natürlich eigentlich auch mit einer Axt so einen Baum fällen. Das müsste doch auch gehen. Dauert dann ewig. Aber das wäre doch auch noch eine Möglichkeit, wo man sagt, okay. Das wäre vielleicht nicht gleich so ein Riesenschinken hier. Aber so ein dünnes Bäumchen. Wenn man Feuerzeug, äh, Feuerzeug, Feuerholz braucht. Hm. Naja, mal sehen. So, erstmal das Fleisch wieder nehmen. Zwei Stück habe ich noch offen. Und wir machen das gleiche noch mal. Feuer, Feuer. So, kann ich das fast drauflegen? Ja, ich kann es fast. So, 85 Prozent. Das war in Ordnung. Feuer machen. Come on. Come on. Jawohl. Zieh. Mach es. Es ist windstill. Es ist nichts da. Also du musst das ankriegen. Sonst würde ich, sonst würde ich, ja, würde ich an dir zweifeln, Junge. Na ja, klappt. Äh. Ja? Das hat nicht funktioniert. Alter, das hat er da. Also, also, bitte. Hier ist, hier ist nix. Hier ist nix. Kein, kein Windchen. Nichts. Vielleicht habe ich zu, zu, zu viel geredet. Zu laut gehustet. Zu, zu tief geatmet. Oh. Das könnt ihr doch nicht machen. Hm? Das ist doch nix. Das war jetzt mein, mein Magen, oder? Da gucke ich mal lieber. Ja, hungrig schon. Also, gut. Na gut, da geht mir dir was. So. Erstmal das. Braucht er alles? Wahrscheinlich braucht er alles. Ja. Gut. Also, ich hatte mich eingebildet, dass das Fleisch irgendwie ein bisschen länger hält. Also, so von der Kalorienanzahl. Ich meine, das ist, müsste man mal, müsste man mal ausrechnen. Ein Kilo Fleisch. Wie viele Kalorien hat das? 805. Stimmt das? Weiß ich jetzt nicht. Das wäre doch mal interessant, ob das so stimmt. Ein Kilo Fleisch? Wolfs, Wolfsfleisch. Wie viele Kilokalorien hat das in Wirklichkeit? Könnte natürlich sein. Ich weiß nicht. Ich habe überhaupt keinen Plan, wie viel. Ob das viel, wenig. Also, es ist wahrscheinlich viel. Aber, ja. Na, müsste man mal recherchieren. Mal schauen. Okay, wir probieren es nochmal. Wir müssen ja die beiden Sachen auch noch fertig kriegen. So, wir machen das wieder. 5% ist auch mal das Maximum. Was wir an Prozenten rauskriegen. Also, insofern. Klappt das? Da ist wahrscheinlich irgendein Zufallsgenerator dahinter, der dann, ja. Gut oder wenig gut die Chancen ausrechnet. Und dann kriegt man da wahrscheinlich immer Punkte. Da könnte ich auch mal schauen. Wie gerade meine Skill-Punkte sind. Im Moment. Weil das ist immer so ungerecht. Man denkt, man hat es gleich geschafft. Und dann, blub, geht es aus. Also, jetzt nicht. Alright. So. Also. Fleisch. Garen. Und weiter garen. Ja, dann schauen wir mal nach. Wie lange wir hier noch verweilen. Ich meine, hier ist es. Es ist okay. Aber. Das ist jetzt. Ja. Ich habe es auch gerne, wenn man so ein bisschen drinnen sitzt. Am Kamin. Und das zusieht. Hier in so einem Keller, das ist jetzt nicht so das Dolle. Das können wir mal schauen. Also. Wir haben jetzt schon, wir haben schon die Hälfte weg eigentlich. Anders. Ich meine, hier waren wir ja noch da geblieben, weil wir noch ein bisschen rumgeschaut haben. Das war okay. Hier werden wir wahrscheinlich nicht so viel rumschauen. Das Einzige, was ich machen könnte. Das Einzige, was ich noch machen könnte. So. Wie viel haben wir noch? Eine Stunde? Nee, das muss ich nutzen. Das muss ich nutzen. Und wenn es nur Wasser ist, was ich schmelze. Weil wir brauchen ja eigentlich nichts anderes, oder? Kräutertee. Da haben wir eigentlich einigen Kräutertee. Kaffee haben wir eigentlich auch. Nochmal Kräutertee. Da machen wir uns Wasser jetzt noch. Müssen wir alles nutzen. Eine Stunde. Was ich noch mal zwei Liter hinkriegen. Doch, bestimmt. Nee, was ich da noch machen wollte, war. Wegen den Hasen, wegen den Fallen gucken. Ob wir hier in der Nähe irgendwas finden. Das würde mich jetzt mal noch interessieren. 42 Minuten. Gut. Das würde mich interessieren. Ich glaube, auf den Maps und so steht das dann auch mit drauf. Das ist, das ist halt eben die, die Sache. Das ist natürlich dann, äh, schon, also da, da weiß man, deswegen tue ich mich ein bisschen zieren, die, die, die Maps hier im Spiel zu verwenden. Äh, weil, ja, na gut, dann, dann weiß ich, dort laufe ich hin. Dort stelle ich dann die, die Fallen auf und so weiter. Ähm, was ich cool finden würde. Was man hier einbauen könnte in so einem Spiel. Was vielleicht auch sogar Sinn macht, auch in der Realität ist. Wenn man jetzt irgendwo abgestürzt ist und so weiter, dann fängt man ja an. Oder würde ich mal, zum Beispiel. Dann, äh, ist man an dem Ort und dann tut man da Punkte einzeichnen, wie Ruine, Ruine, da hinten Ruine, Felsen, sodass man eine Orientierung hat. Und das wäre natürlich cool bei dem Spiel, wenn man sowas auch hätte. Eine Map, wo man, äh, dort wo man war, das, äh, aufgezeichnet hat. Und das, wo man nicht war, logischerweise noch nicht kennt. Also, ich meine, die Spiele, die sind dann auch zum Teil unrealistisch, wenn man dann irgendwo abstürzt und man hat schon eine Map da, ja. Woher soll man die haben? Außer man ist jetzt irgendwo in Science Fiction. Da hat man wahrscheinlich irgendwelche Scanner oder so. Da kann ich das verstehen, tendenziell. Aber sowas würde doch Sinn machen. So eine Map, die sich so entwickelt. Man drückt dann irgendwie, oder man hat die auch in seinem Notizbuch hier drin, ne. Hat dann hier, was weiß ich hier, was ist hier, Tagebuch, ne. Mission, ne. Hier Fertigkeiten, okay. Sammelgegenstände, ne. Und Statistiken und so weiter. Aber dann hat man hier irgendwo so eine Art Map. Und dann wächst die hier, wird immer größer und so weiter. Und eben, wo man war, da sieht man das. Ich meine, die gute Frage ist, ja, das macht schon Sinn, weil manchmal hat man doch irgendwo Plätze, wo man zurück will. Irgendwas gelagert hat, nochmal wieder hin will oder sich in der festen Unterkunft retten muss und so. Und dann hat man diese Information. So, jetzt überlege ich gerade, in welche Richtung ich gehe. Wie gesagt, wie viele Minuten sind noch, ausgebrannt ist gut. Das heißt, wir flitzen nochmal ein bisschen um den Block. Ich bin schon wieder schläfrig, echt, ne. Neun Stunden, das weiß ich schon nicht. Warum ist der immer so schläfrig? Ähm, ach so, ach so, weiß ich. Ne, ich... Wie ist das los, he? Hat das Wetter gehört, dass ich mal eine Runde machen will? Also ich will sowieso erstmal das Wasser ablegen, weil das muss ich ja nicht mit mir rumschleppen, so viel. Aber, ja. Der Rest und das Fleisch. Das Fleisch, das lege ich auch draußen hin. Das ist das Beste. So, also drei, knapp vier Liter. Dann machen wir mal zweieinhalb, he? Zweieinhalb machen wir, ne, mal. So, genau. Da stehen sie. Und jetzt haben wir ja gesagt, das hier drin ist zu warm. Das heißt, wir schaffen das Fleisch wieder raus. So, und gehen mal eine Runde, wenn das jetzt nicht zu blöd ist, das Wetter. Weil das wäre schlecht. Oh, das klingt immer noch. So. Das hauen wir hier hin. Die drei Stück. Vier Stück sind es, das ist gut. Ach so, das... Ja, das stimmt. Ach, gut, gut, dass ich es sehe. Ich hätte es voll vergessen. Ich hätte es voll vergessen. Und die Därme und alles. Da habe ich jetzt... Da habe ich jetzt zehn Stunden vor... Oh, Mist. Mist, Mist, Mist. Kann mir das nie jemand sagen? Natürlich nicht. Aber da habe ich jetzt zehn Stunden wieder verloren. Ah, das ärgert mich. Das ärgert mich. Ablegen. Und Wolfspelz ablegen. Ah, und die Dinger ablegen. Alter, ich habe alles vergessen. Die ganze Zeit. Ich quatsche hier in... Oder alles ablegen. Okay. Mist. Mist, Mist. Mist, Mist. Oder waren die? Waren die? Nee, die waren nicht. Okay, jetzt tun wir es mal ein bisschen auseinander, dass wir auch wissen, was wir hier haben. Frischer Darm. So, das waren jetzt nur die zwei. Okay, Mist. Na gut. Okay. Dann machen wir folgendes, dass draußen auch Mist ist. Wären wir jetzt erstmal kurz noch warten. Ich werde hier abspeichern. Und ich wäre, wenn das Wetter sich nicht allzu viel bessert... Ja, ich werde doch rausgehen dann und mal eine Runde um den Block oder um den Stein gehen. Eine Runde um den Stein. Das werde ich machen. Aber das machen wir das nächste Mal. Also in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.